Juhu, level up! Oh, wir sollen essen, ne? Ich hab Hunger. Ich sieh's gerade. Boah, wie geil. Wir können neue anpflanzen. Oh, der Baum! Oh, der Baum wächst! Wie geil! Das ist ja voll cool, das ist ein Baum. Okay, ich muss erst mal essen. Uah, Pilze. Uah, Uah, Pilze. Uah. Also, ich mag Pilze, aber, ne? So, ein Skillpoint ist mir egal. Wie viele Seeds haben wir denn? 28 Seeds. Alter, ich werd weiter pflanzen. Okay, wir gehen erst mal schlafen. Ich brauch unbedingt Lampen hier drin. Das ist so duster in unserer Bude. Zumindest nachts oder abends. So, erst mal schön schlafen. Gute Nacht. So, der nächste Morgen. Sind die Pumpkins auch fertig? Oh, ja! Sehr geil. Können wir auch direkt einpflanzen wieder? Pumpkins. Pumpkins Seed. So, ich pflanze mal weiterhin hier ein. Und zwar machen wir mal hier jetzt. Plant all. Plant all. Plant all. Plant all. Sehr geil. Sehr geil. So, jetzt müssen wir noch gießen. Kann ich hier einmal komplett gießen? Ja, sehr schön. Der Baum wächst auch. Oh, wie geil. Da kriegen wir Holz raus. Da können wir uns richtig eine Baumplantage bauen. Sind denn da hinten? Die dauern noch ein bisschen, dass wir es abreißen können. Ich glaube, unser Garten ist noch zu klein. Aber wir können ihn ja nach hierhin erweitern. Was ich sehr feiere. So, was wollte ich gesagt haben? Wir werden... Also, mit dem Bauen wäre ich, glaube ich, soweit fertig fürs Erste. Ähm. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir verkaufen jetzt erstmal die Blumen. Wie lange hat das jetzt gedauert? Drei Tage? Vier Tage? Also, in-game jetzt. Glaube ich zumindest. Ich bin mal gespannt. Wie viel haben wir denn davon bekommen? Müssen wir mal gucken. Blumen. 7,50 haben wir. Lavendel. 7,50 Lavendel und 8 Mariengold haben wir. Sehr geil. Mal gucken, wie viel wir jetzt da rausschlagen können. Ich glaube, 5 kriegen wir immer, ne? Bringt jetzt nicht so viel. Glaube ich auch richtig? Glaube nicht. Bringt in Wirklichkeit eigentlich nicht so viel. Aber wir müssen nicht viel tun. Es funktioniert von alleine. Wir müssen einfach nur gießen. Ich würde auch, wie gesagt, das Dorf Bridgewater weiter ausbauen. So. Ich würde gern verkaufen. Juhu. Fünf Stück for sale. Okay. Also, wir können immer nur maximal fünf, nicht ein oder so. Sehr geil. 61 haben wir wieder. Sehr nice. Sehr lukratives Geschäft. Ich würde, glaube ich, nochmal Seeds kaufen, oder? Wie viel haben wir? 61. 25. Ich kaufe nochmal. Können wir überhaupt 20 noch pflanzen? Ich kaufe nochmal 10. So. Wir müssen für den einen Dude ja auch noch eine Hütte bauen, ne? Haben wir denn... Okay, wir haben aber keinen Platz. Wir haben nur eine Höhle. Wir müssen, glaube ich, erst upgraden, damit wir... Also, das Dorf upgraden, damit wir für den neuen Dude, den wir gerettet haben, auch eine Wohnung bauen können. Gehe ich mal von aus. Ich würde aber auch gerne rüber stolzieren, zur anderen Höhle. Und ich würde gerne rausfinden, wie man das Boot craftet. Ja, so viel Platz haben wir gar nicht. Hä? Wie? Wieso können wir nicht pflanzen? Ich habe doch Seeds gekauft. Hä? Ich habe doch Seeds gekauft. Oder habe ich Pflanzen gekauft? Ich habe Pflanzen gekauft. Ich bin so doof. Hm. Ja. Ähm. 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 Ja, ich, ähm... Ja, ich würde gerne zur Höhle. Wo war ich stehen geblieben? Ich würde gerne die Höhle erkunden. Die neue. Aber ich würde auch gerne, wie gesagt, herausfinden, wegen... Toll. Ich würde aber auch gerne herausfinden... Zauberlust gemacht, ne? Scheiße. Ähm. Ich würde gerne herausfinden... Wie wir ein Boot bauen können. Ich weiß ja nicht, ob der Dude vielleicht für uns... Auch Boote baut später, wenn wir upgraden. Wir müssen auch gucken, dass wir unsere Werkbanken mal upgraden. Dass wir irgendwie rausfinden, ob wir vielleicht bessere Werkzeuge kriegen oder so ein Kram. So, jetzt habe ich Seeds gekauft. Zehn Stück. Aber wir werden nicht alle zehn pflanzen können. Boah, wie schön mit dem Baum. So. Mehr können wir nicht pflanzen. Ich bin gewollt, sogar tatsächlich noch einen Pflanzenkübel zu bauen. Zwei Stück. Am besten hier so in die Richtung. Vielleicht hier noch zwei neben. Müssen wir mal gucken. Wir brauchen auch Holz wieder und so alles. Wir müssen auch irgendwie mal wieder farmen gehen. Aber jetzt erst mal gucken. Was machen wir jetzt? Machen wir hier jetzt... Weil rüberschwimmen finde ich irgendwie blöd. Aber auch irgendwie ganz cool, dass es geht. Ähm. Haben wir noch Essen eigentlich? Ah, wir haben noch Beeren. Alles gut. So, wir können upgraden. Ja, sagste? 125 Holz. Wir können sogar upgraden. Lass uns das mal machen. Ich würde vielleicht erst mal ein bisschen Holz farmen. Pass auf, mach ich mal. Wenn wir schon einmal dabei sind. Und dann upgraden wir einfach mal unsere... Unsere, äh, Werkbank. Ich fäll die mal alle in die Richtung... Dass die alle in dieselbe Richtung fallen. So. Da war... Schwupp, schwupps. Schwupp, 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 schwupp. Ah ja, können wir ja gar nicht upgraden, ne? Stimmt, wir können ja nicht so viel Holz sammeln. Wir brauchen ja quasi den Backpack, ne? Da war ja was. Wir brauchen ja den Backpack dafür. Stimmt ja. Und der kostet 300 Geld. Das heißt, wir müssen ja die Höhle durchsuchen. Um Geld zu kriegen. Und wir müssen halt weiter farmen. Okay. Heißt... Ich kann hier so viel Holz farmen, wie ich lustig bin. Es bringt halt eigentlich im Prinzip gar nichts. Ah, diese Bienen immer. Aber wir brauchen ja, wie gesagt, Bäume. Holz können wir immer gut gebrauchen. So, Wood ist full. Wood in a foot. Ich fand's lustig, wie die Bäume am Wachsen sind. So, wie die einfach nach oben schwuppsen. So schwupp, 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 schwupp. Beim letzten Mal. Das war voll witzig. So, gut. Nicht erschlagen lassen vom Baum, das ist wichtig. Da ist auch noch Stein. Können wir auch noch mitnehmen. Mach ich direkt mal. Also wachsen sie auch sehr schnell nach, die Bäume. Das finde ich super. So. Aua. So, dann füllen wir mal auf. Den Baum. Ja komm, die wachsen ja nach. Die Bäume wachsen nach. Also von so an nicht schlimm. Hupala. So. Schwupps. Und wir füllen. Oh, hier ist auch ein Bäumchen. Na, hallo. Aber es spawnt nichts in unserem, äh, in unserem Garten. Das finde ich gut. Das finde ich sehr schön. So. Dann lass doch mal gucken. Äh, 250 ist Maximum, ne? So, Stone Pile und Wooden Pile. Schwupps. Schwupps, 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 schwupps. So, Woodfull. Wood, 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 wood. Oh, da ist noch ein Bäumchen. Ich sehe ihn gerade. Immer im Auge behalten, unser, unser Garten. Da ist ein großer Baum. Timber! So. Ein sehr großer Baum. So, füllen wir auf. 100 Stück. Sehr schön. Erstmal nehme ich hier das Holz mit, damit ich es nicht vergesse. Oh, wir müssen gießen, sehe ich gerade. Das machen wir mal eben. Äh, mit der 5. Füllen wir mal eben auf, die Gießkanne. So, dann gießen wir doch mal. Und ich gieße... Da, wo ich hingießen soll, gieße ich nicht. Ach doch, ich dachte schon. Kann man den schon... Den kann man bestimmt schon fällen, oder? Ich weiß halt nicht, wie groß der noch wird. Da steht zwar immer die Axt und so. Aber ich habe Angst, wenn ich den jetzt fälle und der noch nicht reif ist, dass ich keine Seeds bekomme und ich nicht den wieder einpflanzen kann. Deswegen, ich bin so ein bisschen... Hä, schon wieder woodfull? Lull? So. Okay. Gut. Weiter geht's im Text. Das geht ja relativ zügig. Wir haben ja genug... Genug Bäume in der Umgebung, ne? Also... Blub, blub, blub. Einmal drüberrollen, bitte. Und wood schon wieder voll. Ah, ärgerlich. Ich weiß nicht, dass wir jetzt bis zu 300 Taler warten müssen. Ich weiß ja nicht, ob wir sonst noch was verkaufen können. Müssen wir mal gucken. Oh, ich wünsche mir echt hier so ein... Mit dem nächsten Update oder so, dass man vielleicht irgendwie draufklickt, alles Holz, was man im Inventar hat, direkt rein, bitte. Dass man nicht alles jedes Mal draufdrücken muss. Wäre vielleicht noch ganz cool. Da lag Stein. So, dann können wir noch mal ein bisschen hacken. Hä, wo schlägt der hin? So. Nehmen wir alles mit. Nein. Hör auf damit. Lass das in die Richtung, bitte. Danke. Richtung Haus ist immer gut. So. Oh, ich hab direkt beide. Direkt beide Bäume. Und wood full. So, das nehmen wir auch noch mit. Oh, da ist ein Fass im See. Oh, was sehen meine Äuglein? Hallo. Anscheinend respawnen die nach einer Zeit, glaube ich, zumindest. So. Den hätte ich auch noch gerne. Und natürlich nehmen wir Stein mit. So. Das Bäumchen hätte ich auch noch gerne. Hier und das, was vorne bei uns steht. Dann haben wir, glaube ich, erstmal genug. Ich meine, es bringt ja auch XP, ne? So, sehr schön. Timber! Gut, dann füllen wir mal auf. Dann haben wir den Tag damit verbracht, Ressourcen zu sammeln. Mal gespannt, ob der Baum morgen auch größer ist. Am nächsten Tag. So. Entschuldigung. Gut, sammeln wir mal ein. Mal sih. Erstmal die hier hinten. Dass wir die nicht vergessen. Und wood full. So. Unsere Hütte, sehr schön. Okay, das mit den Fenstern an Ordnung ist vielleicht jetzt nicht so pralle. Das Fenster hier könnte weg. Vielleicht. Würde ich vielleicht gleich mal machen wollen. Nochmal eben schnell. So, oh, guck mal, das Holzlager. Wie geil das aussieht, dass es voll wird. Das ist voll cool gemacht. Sehr schön. So, warte. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. So, ist das Stein? Da sind Beeren. Okay. So, wir haben soweit alles jetzt an Wut mitgenommen. Was wir in der Umgebung bei uns hatten. Das wächst ja alles nach. So, dann würde ich hier einmal... Nein. Börst du auf damit. Ein bisschen auffüllen. Ich will ein bisschen was drin lassen bei uns im Inventar. Ja, so 15. Lass mal 15 drin. Lass mal einmal schlafen gehen. Damit wieder Tag wird. Wir sollten auch gleich was essen. So. Und ich würde gerne eine Lampe haben. So, dann lass mal gucken. Ich würde gerne dieses Fenster hier abreißen wollen. Und dafür eine normale Wand setzen. So. Genau. Und können wir hier theoretischerweise ein Fenster setzen, was wir wollten? Oh Gott, ruckelt das. Alter Schwede. Das hier unten muss auch anders. Das muss weg. Das Fenster muss hier hin. Und die Wand muss dann da hin. Genau. So. Ja, das sieht besser aus. Ich weiß, mit der Treppe ein bisschen blöd. Oder vielleicht mache ich das außen. Vielleicht mache ich das Fenster doch außen hin. Ach, geht nicht wegen der Werkbank. Natürlich. Weil die jetzt gerade da steht. Ja, das finde ich besser. Das gefällt mir wesentlich besser. Ähm. Wir müssen die Werkbank nochmal neu bauen. Ich platziere die mal dann dahin. Dann ist die nicht so direkt am Fenster. Aber dann kann man, wenn man an der Werkbank ist, auch ein bisschen aus dem Fenster gucken. Das finde ich sehr schön. So, ich glaube, das soll es gewesen sein. Es regnet. Das heißt, wir brauchen... Huppala. Ich glaube, das heißt, wir brauchen nicht gießen. Was sehr schön ist. Und Pumpkins sind fertig. Ja. Sehr geil. Sehr nice. Würde ich auch direkt wieder einpflanzen. Flup, 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 flup. Und wir haben bestimmt immer noch Pumpkin Seeds, ne? Oder? Äh, wo haben wir die Seeds denn? Da. Nein, haben wir nicht. Berry Seeds haben wir. Was ist denn mit denen da hinten? Werden die jetzt irgendwann mal fertig? Die dürfen doch auch mittlerweile jetzt irgendwann fertig sein, oder? Das kann ja auch nicht mehr lange dauern. Die sind ja voll lange schon drin. So, wir sollen mal was essen. Ah, schon wieder. Achso. Gott sei Dank sind die Pilze weg. Ich esse mal die Beeren. Bring zwar nicht so viel, aber wir haben genug davon. Und von den Pumpkins haben wir ja 24. Da wird ja mal mehr. Wir haben ja eigentlich eine Nahrungsquelle jetzt mittlerweile. Was ja sehr gut ist. Äh, Level 10. Ein Punkt, ne? Ja, wir müssen jetzt sparen. So. Die question aller question ist ja jetzt. Der Baum kann weg. Nein, nicht dahin. Wir können ja auch angeln, um wieder was zu verkaufen. Die Angeln haben wir nicht bei, ne? Äh, ähm. Ich guck mal eben, was das Dorf braucht. Zum upgraden. Ich würd echt gern... Oh, Clay. Ich würd echt gern wissen. Ähm, wie wir das Boot bekommen. Weil wir haben ja, glaub ich... Weil hier fehlen uns ja auch noch Sachen. Das scheinen ja hier noch irgendwelche Werkbänke zu sein. Oder irgendwie, keine Ahnung. Das ist ja nur auch noch... Farming. Das ist Dekoration, Special Items. Und das ist halt Construction. Und das ist halt Maschinerie. Das heißt, hier fehlen uns noch Sachen. Ich weiß nicht, wie wir die Sachen kriegen. Entweder durch Upgrade der Werkbank. Oder durch Leveln. Oder durch Leveln. Also jetzt nicht hier Leveln, sondern ich schätze eher... Oh, Receive. Das ist ja geil. Pre-Revive after death every 14 Minuten. Das ist ja geil. Ähm... So, Meister. So, Meister. Was brauchen wir denn? Bearbeitetes Holz. Wie kriegen wir denn bearbeitetes Holz? Und das ist ja geil. Das ist ja geil. Vielen Dank.